Komplett! Geh da nicht mehr hoch! Hey! Dann kündige mir! Ist mir wurscht! Immer! Verstand! Mit der... Mit der Jenny die Wäsche bügeln! Das mach ich eh dran, Liebe! Äh... Ich muss dazu sagen, ich hab's nicht leicht, ich arbeite gleichzeitig mit drei Deutschen. Mit drei Deutschen im Kärntner Wald. Ostiroler muss mit drei Deutschen im Kärntner Wald die Blätter wegfegen. Damit die Schwammeln besser wachsen können. Damit die Schwammeln besser wachsen können. Weitlaufhaft! So! Vorne ... ... ... Korridor! Für was? Für die Optik, Erich! Was für die Optik? Was für... Was für Optik? Boje! Boje, mach die Robbe! O-O-oh-oh-oh-oh-oh! Vielen Dank.